Siehst du, es wird auf der zweiten Etage sein. Ja, ich erinnere mich an die Pläne. Du hast wirklich ein gutes Geschäft gemacht. Und wusstest du, dass Pierre Renatür schon ein Drittel der Apartments verkauft hat? Aber es sind noch schöne da. Das könnte doch auch was für dich und Peter sein. Ja, mit Kinderzimmer, weil wir noch Projekte haben. Erzähl! Die Bauarbeiten an den Hertogenwaldgärten haben begonnen. Pierre Renatür dankt allen bisherigen und zukünftigen Kunden für ihr Vertrauen. Weitere Informationen unter www.hertogenwaldgarten.de 080 77 16 65